Was machst du denn hier? Du kannst hier nicht rausklettern. Hör auf, sei vorsichtig, das geht hier tief runter. Das geht nicht. Also immer schön hinter diesem Gitter bleiben, ne? Das ist wichtig. Guck mal, das geht hier runter. Wenn du entfällst, ne? Dann geht gar nichts mehr. Kannst du nichts mehr machen. Deswegen, schön hier bleiben. Und die Aussicht genießen, ne? Ja, was, wie, wo? Ah, ja, da ist unser Häuschen, ne? Da, wo wir wohnen, richtig. Da hinten ist die große Werft. Da werden hier Schiffe gebaut, hier in Wismar. Ja. Das sind alles denn deine Kekstransporter, ne? Die sind das. Ja, die werden hier gebaut. Und? Was kannst du noch so entdecken? Weißt du, wie schwimmen? Ach, da siehst du, wo wir gestern gewesen sind, ne? Ja? Nicht da so durch, Mensch. Das ist gefährlich. So, ach, da hinten, ja, da ist die Seebrücke. Ja, von Wendorf. Da, wo du doch auch langgegangen bist, ne? Ja. Kannst du alles von hier oben mal kennen. Schöne Kirche, ne? Sollte man sich mal gönnen, wenn man hier ist. Ausblick auf der Aussichtsplattform hier, ne? Ja. Was denn da? Wo, wo? So weiter gucken? Ach, hast du schon Hunger? Schon wieder? Oh, du bist doch gefräßig. Na gut, dann hören wir mal jetzt auf und gehen runter und was essen, ne? Gut. Weiter geht's. Geh'n raus.